Hallo Leute! Willkommen zurück... Zurück bei... Mein Pok... Let's play Poké Park! Pikatikos Abenteuer! Und jetzt gehen wir... Ah ja, wir müssen ja mit... Shellask das Wettrennen machen. Gekabur sagte, der Shellask es schafft... es schafft, eine Bonusleistung zu erzielen, wenn er dich auch... auch die Brücke überqueren lassen, richtig? Na gut, da muss sich Shellask immer etwas ins Zeit legen. Neben der Mindestleistung, die er erzielen muss, um ein Spiel zu meistern, gibt es in Form der Bonusleistung noch eine zweite Gewinnstufe. Die Bonusleistung liegt über jedes Pokémon bei jedem anderen Wettbewerb. Solange sich ein Pokémon also etwas ins Zeit legt, sollte es auch ganz unabhängig und ganz unabhängig von seinem Könnensein seine ganz persönliche Bonusleistung erzielen können. Wenn dies gelingt, wird es zur Belohnung außerdem eine grössere Menge an Bären verlieren. Ich habe etwas nachgedacht. Vielleicht erlaubt, bis der Flo den Pokémon ja wieder an den Spielen teilzunehmen, wenn er nur einmal ihre fröhlichen Gesichter sieht, wenn sie sich bei seinem Spiel vergnügen. mit dem Tier Pikachu können auch einige der Pokémon an den Spielen teilnehmen, mit denen du dich im Poképark angefreundet hast. Schaffst du es, ihre jeweilige Bonusleistung zu knacken, erhältst du zur Belohnung Bären. Willst du Schüttelsprint spielen? Ja. Sehr schön, so gewährst du mir. Also ich muss jetzt mit Cell Lust. Ja. Komm schon, jetzt mach doch mal. Wuh! Nicht als erstes, aber okay. Wuh! Bonne Sassons! Okay, ich habe 100 Bären wieder bekommen und jetzt ist es fertig. Ja. Weiter geht's mit der Story! Ha! Entschuldigung, weil ich vorher. Ich denke, noch etwas. Jetzt, als Shellask die Bonusleistung erzählt hat, solltet ihr Geldkabur auch die Brücke wieder freigeben. Schnell! Mach dich auf dem Weg zu der Nebier! Mach ich ja! Er sagt schon wieder, ja, das hat wieder große Bär. Boah! Seht ihr, seht ihr es? Mensch! Ich bin zu klein! Für so etwas! Ne, ich bin ich! Okay, wo ist Tropius? Tropius! 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 Hey, wo ist es jetzt? Oder er! Ich weiss doch auch nicht! Hallo! Wo bist du? Ja, super! Jetzt bist du da hinten! Du bist wirklich sehr nett! Ja! Ich kann nicht schneller! Ich kann einfach nicht schneller! Da! Da! Danke für die köstliche Bäre! Lass uns doch Freunde werden! Tropius und... ist jetzt dein Freund! Tropius ist jetzt dein Freund! Tropius ist jetzt dein Freund! Und dann hat er die Klingel geknackt! Reden wir vom selben Pokémon! Wie hat er denn das geschafft? Hm! Nein, vergiss es einfach! Ich bin überhaupt nicht neidisch! Das juckt mich nicht im geringsten! Ob ich in Wahrheit selbst gerne Schüttelspring spiele und mit euch daran teilnehmen wollte und auch meine Bohnen schneiden zu knacken! Ach was! Wo denkst du hin? Los! Ich läch dich durch! Mal zieh dich! Juhuuu! Ok! Raupe! Kann man runtergeporzeln! Hey! Raupe ist so geil! Wo ist jetzt Raupe? Ist er noch da? Nein, wo ist er? Hey wo ist er Raupe? Der ist so lustig! Wo? Raupe? Gib doch mal einen Ton an! Oh, da ist er! Schaut! Du heilst mich doch Beste! Wenn alle Namen hättest, oder? Willst du dich an meiner Runde von mit mir versuchen? Mein Atemberatendes Tempo werde ich gleich aus den Socken hauen! Das ist so schnell! Oh! Hallo! Ups! Es fliegt auch nicht! Oh Mann! Hihi! Was sagst du jetzt? Das hat dich aus den Socken biegt! Mein Atemeraubende Schnachnasigkeit meine ich! Hihi! Lass uns Freunde sein! Raupe ist jetzt dein Freund! Nein! Es schmeckt Bauschart vorbei! Huuuut! Ok, es schmeckt... Da ist... Hallo! Ah Mann! Es raubte mich in den Parkern, Lud! Dachte ich mir, ich schau einfach mal wieder vorbei! Am sehendwertensten ist hier wohl immer noch der Regenboden. Hast du ihn schon mal erspät? Du wollen wir vielleicht eine Runde fangen und spielen? Ok! Alles klar! Dann fliege ich jetzt los! Komm und fang mich! Benahm, benahm! Wow, hey! Wow! Das ist ein Maxim! Hey! Mann! Was machst du da? Hey! Jetzt! Mensch! Endlich! Mann! Oh, die blöde Stochelspur! Ich habe verloren! Ich glaube, du wirst irgendwann noch viel, viel schneller sein. Lass uns Freunde werden! Schmeet bei uns jetzt ein Freund! Okay, ab geht!